hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kanalverstellung hier auf meinem kanal ja jetzt es geht jetzt auch endlich mal weiter mit diesem projekt was natürlich nicht immer regelmäßig kommt aber jetzt haben sich wieder vier leute beworben erst mal dank an euch und ich werde jetzt versuchen diese kanäle nach und nach immer vorzustellen heute geht es also los mit playkit 18 also der kanal heißt playkit 18 wir gucken wie immer mal in die wir gucken wie immer zuerst in die kanal info so ist doch gar nicht so schwer so also 51 abonnenten 1676 video aufrufen seit dem 23 mai diesen jahres mit dabei also seit fast einem halben jahr gut fünf monate ok gucken wir in die beschreibung willkommen auf meinem kanal ich bin playkit heiße fahr ist glaube ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen fahr ist und bin 14 jahre alt ich mache gelegentlich michael videos bin aber für jeden spaß zu haben wenn ihr meinen kanal gefällt oder richtig wenn ihr mein kanal gefällt oder ich dich unterhalten kann dann klickt auf abonnieren dann verpasst du auch kein video mehr mein designer wenn auf den link klicken die lieblingsserver könnt ihr auch mal draufklicken mein ziel 100 abos dann gibt es was schönes für euch er hat momentan wie gesagt die hälfte ein bisschen mehr als die hälfte das mikrofon zurzeit noch ein headset aber bald ein aona mic usb 900 oder eins von rode und aufnahme schneideprogramm beides camtasia maus steht irgendwie nicht so ein pc könnt ihr euch mal durchschauen also und leider wie gesagt keine weiteren links wir gucken zu den videos jo leute playgram stiesel und willkommen zu dem etwas anderen 50 abonnent special ich meine was soll ich machen mir fällt nichts ein und ich kann irgendwie nur so längere runden aufnehmen falls guckte der bau um zulässt ob ich schule ab du kleine huren ok dankeschön nehme ich jetzt mit quicktime player auf und zwar damit kann ich keine in game sounds mehr aufnehmen nur meine stimme weil es abgelaufen ist und naja ist ja egal ich werde auf jeden fall und dort hat er also wie gesagt minecraft sachen hier hat er mal ein fifa 14 video was jetzt gerade so wegen dem thumbnail ins auge reinfällt aber sonst wie gesagt zum größten tat nur minecraft hier hat er mal zwei folgen quicksurvival games eine badwars folge hier hat er ein mario minecraft bvp texture pack mal vorgestellt habe ich mir mal angeschaut ja so meine folge eins wirst es eins top fünf texture pack also wieder ein reiner minecraft kanal seit einer woche wie gesagt jetzt kein video mehr wird bestimmt ein grund haben weiß ich nicht naja wenn wahrscheinlich bald wieder videos kommen wenn ihr playkit 18 unterstützen wollt wenn ihr seine videos schön findet wenn ihr sie unterhaltsam findet schaut auf oder lasst ein like da ihr müsst erst mal vorbeischauen und dann ein video anzugucken ich rede heute schon wieder mich um kreuz und kragen also wenn es euch gefallen hat lasst eine bewertung da schaut bei playkit vorbei oder ein abo wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bei der nächsten kanalverstellung hier auf meinem kanal aber jetzt ist mir spontan auch eingefallen wie könnt ihr euch denn bewerben voraussetzung sind wie gesagt zehn videos weil mich das ganz viele leute gefragt haben freunde ihr müsst einfach mal ein video bis zum schluss schauen das sage ich das immer also mindest voraussetzung zehn videos dann könnt ihr eine private nachricht oder was heißt ihr könnt ihr müsst dann eine privatnachricht an mich schreiben dass ihr gerne vorgestellt werden wollt damit ich das nicht vergesse weil wenn ihr mir das irgendwie so schreibt über skype oder so dann oder oder unter einem youtube kommentar geht das irgendwann verloren und deswegen ich habe immer eine liste liegen wo ich mir das dann aufschreiben also ihr wisst wie ihr euch bewerben sollt macht das so wenn ihr das wollt und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bei kanalverstellung 114 hoffe ich dass das 114 ist also macht gut und ciao